Und mit dem Sebby und mit mir den Yigi und zwei anderen Leute! Und der Max ist endlich weg, Juhu! Prozent ein Nein ich mag ich ja demokristen die Vakere ja aber m das muss nicht sein also so wir spielen spielen auf einem neuen Map übrigens schon wieder eine neue und wenn wir das jetzt nicht schafft habe ich kein bocken auf das Spiel dann wird das deinstalliert definitiv weil er du bist einfach zu schlecht ein als er sich in die eine Runde hätten wir gewonnen aber nein der Max meinten zurück mit dem Geiselraum oder die Leute fallen einfach vom Dach wir das passiert halt aus und die Zeit wird so unfassbar groß wird es gefroren ist ja schüttel der sehr lieb der wie warum drehst du dich weg wenn dann feind direkt vor dir steht Tja, passiert! Die sind ganz oben. Fliegdrohne! Hast die geworfen? Ja, und ich bin fast ganz oben auf dem Dach des Schiffes geflogen. Wurde hast du entdeckt. Leck mich! Au! Scheiße, Mann, ey! Da lurkt einer und ich bin genau in den Rhein gefahren. Was? Bo... Ja... Ja... Na, Aua! Also... Gepisser... Dann schauen wir jetzt an... Mikey, mach eine Bombe... Ah, ne, ich hab gedacht Yugi ist schon tot. Oh, noch lebe ich. Ja, Yugi ist schon tot. Das war's! Mit einem Schuss, gell? Mal sehen... Mal sehen... Mikey überlebt es... ...oder verliert er. Mikey, bist du noch da? Alle tot. Ich glaube ohne Max, wir sind noch schlechter. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Mike, du bist der Letzte. Ja, die Zander... Ach, Mensch... Was kommt der raus? Wo kommt der raus? Ach... Ach... Gut, immerhin habe ich einen geholt. Ja... Es ist so traurig. Mhm... Ach... Komm, ey, wir müssen jetzt hier mindestens mal ein paar Runden holen, ja? Mal irgendwie was gewinnen. Oh, jo. Nimmst du schon wieder Ratatata? Ja, Ratatatat! Oh, netter Raum. Ratatatat... Ratzafui. Man verstärkt! Die Position der Geisel ist bedroht. So einfach. Hm. Ich brauche hier nochmal ein Reinforcement. Alter! Ja genau, hier kann ich auch fallen. Das ist aber leider die falsche Richtung. Oh, die kommen jetzt schon rein. Die kommen schon rein. Die kommen schon rein. Die kommen schon rein. Gut. Oh oh. Ach, dich. Den einen hab ich getroffen, aber. Alles klar. Wieso spielen wir gegen SORPROs, das hasst du dich? Ich hab keine Ahnung. Ja, Schild ist übertrieben Kacke, okay? Joa. Wie würden wir alle haben mit Leute mit Schild? Joa, das geht. Hm? Das geht. Ja. Ah, guck mal, die sind hier. Die hab ich eben einen gesehen. Und einer hat von uns verlassen. Ja geil, wir sind nur noch vier. Hier. Oben oder unten? Keine Ahnung. Ja, die sind hier. Wo ist hier? Ja hier, ich markier doch immer. Ah, unten. Position der Geisel ist unbekannt. Einsatz trotzdem frei gegeben. Hier sind sie. Ja. Hier, hinter dieser Tür. Alter, wo... Wieso verreck ich ich allererste? Alter. Wie schon wieder muss ich warten? Ey, Alter. Heute ist nicht mein Tag. Oh, ich hab den Mute zerstört. Am Nachladen. Ich setze eine Drohne ein. Die Drohne ist aktiv. Die Drohne ist aktiv. Die Drohne ist aktiv. Die Drohne ist aktiv. Die Drohne ist ein Einsatzbereit. Role ist bei mir grad so ein bisschen buggy. Ey, LoL, wieso hab ich denn die Geise nicht? Jo, ey. Niki 12. einer ist raus scheiße ich hab den angehiffelt auch der Kapkan hat nur noch ja ich hab schon wieder verloren so diese runde lösche ich gleich wieder so schlimm oder was ganz schlimm na gut immerhin gibt es ansehen ein bisschen wollen wir mal eine runde theorist machen und warten bis Max wieder da ist ok ich bin dann jetzt raus achso Yugi ist ganz raus ja ich bin dann jetzt ganz raus musst du morgen arbeiten ja ich muss morgen arbeiten ich muss noch ein bisschen die meine